ARD Text im Auftrag von Funk Und Ben, du Brot, hast du dich schon vorgestellt? Ach komm, halt die Fresse, du Brötchen An alle, die darüber jetzt nicht lachen können, ihr habt vermutlich meine letzten Folgen nicht gesehen Ne, stimmt, das war auf deinem Kanal, ne? Das war an deinem, ja, ja Alle letzten Folgen von TTT sind in der Videobeschreibung zu finden Und die Kanäle Fights vorhanden von den anderen Mitspielern Ben, bevor du das jetzt zu vergisst, vergisst zu erwähnen, wir spielen ja auf dem New Edge den T-Server Nein, nein, nein Ich hab TV-Ige-Messer und hab auf den Tag vom Container Beweis, ich will Beweis, ich will Beweis Alter, wie auf der Loch, ich hab's sogar gesehen, da hast du Arsch gezichten, okay? Ich bin Proven, ich bin Proven Er ist tot Und Bias? Ja So bitches, man bitches, ich bin Proven, ob ihr es wollt oder nicht Ich will's ehrlich gesagt nicht, du stehnst Ich weiß, ich muss hier noch drunter duschen Okay, okay, Amsterdam wurde gemeistert Weißt du überhaupt, wie man Duschen schreibt? D-U-S-G-H-N-G Also ich bin auf dem Fischerboot Alter, ohne Scheiß, Zero, und sowas, sowas schimpft sich Sniper Gottes, ohne Scheiß, geh dich vergasen Ich hab's ja gesehen, ey, ich hab's ja nicht mal gesehen, du Arschloch Geh dich einfach Ich hab ganz, ich hab richtig hart gefailt, Alter Alter Ich hab zwei mitgenommen, war gut GP hast du mir am Anfang zugesehen? Nee, ich bin doch am Anfang direkt gestorben Ach ja Nee, warte, macht keinen Sinn Nee, 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 Rex hat mich getötet Und zwar so richtig gerne mit der Märtyrer Ach ja, da, wo ich grad abgedrückt hab, ne? Da hast du mir richtig fett den Kill KS, ne? KS Report Ich, ich, ich hab's aufgenommen und ich send's an Riot, okay? Alles klar Lieber ein Valve Äh, ich möchte jetzt mal ganz kurz mit euch über die neuen YouTuber reden, die wir jetzt hier auf dem Server haben Irgendwie The Wings, keine Ahnung Äh, Leute, das ist kein Thema für eine Aufnahme, du Vogel Hä, wieso denn? Äh, warum? Wir können doch drüber diskutieren, ob wir mit denen auch mal in unsere Aufnahmen reinlassen Jaa By the way, ihr seid jetzt übrigens unser Standard-Aufnahmeteam, ne? Nur, dass ihr's wirst Ach du Scheiße Hab ich beschlossen Okay, wo ist meine Provision? Ich will mein Geld, so Wir wollen Schmerzensgeld Oh Gott, Mister, bewegt dich, bewegt dich Oh Gott, der steht Ach, by the way, äh Was wir noch gar nicht erwähnt haben Momentan Loh, ich war besnipert Halt die Fresse und lass mich jetzt mal ausreden, ohne Mist Tödet Ben, schnell, bevor er redet Auf dem Server Wo wir gerade spielen, das war vorher auch auf dem öffentlichen Server, was aber leider rausgenommen wurde Geht doch mal weg, da drüben ist der Ben, Mann! Halt doch deinen Maul, jetzt! Ich glaub, Ben hat mich da... Gott, bitte, bitte, NEIN! Darf ich das... Hahahaha 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 Okay, also ich, ich erzähl jetzt trotzdem zu Ende, ne? Tö, Tote reden nicht! Nein, wir reden, wir reden, wir reden, wir reden, wir reden Okay, dann erzähl ich die nächste Runde Hahahaha 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 Peter! Ben, report dich mit, dann kriegt er vielleicht nen Slay Hahahaha Also, auf jeden Fall auf dem Server Ben, Ben, Ben! Ben, Ben! Auf dem Server, auf dem wir jetzt... Alter, halt doch mal die Fresse ohne Biss Hahahaha So, pass auf, Moment, er war jetzt einer, dann schmeiß ich mich weg Ansonsten soll er sich des Tod umfallen Hahahaha Pass auf, ich fall wirklich der Tod um Hahahaha Oh, ich hoffe das, Alter Das war keine Herausforderung für dich Scheiße, das war Eric, halt mal, das war Eric NEIN, wieso kann ich den nicht slayen? Ja, habst du wirklich Eric gesehen? Hahahaha Dieses Aim, Alter, dieses Aim Hahahaha 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 Der ist voll der Random-Killer, Alter Kann hier mal jemand slayen? Hahahaha 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 Ich wär dafür, wir kicken Eric aus, wir müssen des Aim, Alter Hahahaha Hahahaha Okay, also, Leute... Kann man jemanden Skiller-Afk-Movem, der macht nix Hahahaha Ne, tut mir leid, hab keine Rechte, das tut so einfach nicht Ja, das ist fein, die Aim ich die ganze Zeit vorbei Okay, Leute, jetzt seid mal bitte kurz leise Also, auf dem Server, auf dem wir jetzt gerade spielen Der New Age DDT-Server? Auf dem, auf dem, äh, öffentlichen Server von New Age, waren die auch vor kurzem aktiv Jetzt nicht noch Wurden jedoch leider rausgenommen, weil, also ich find's echt schade, weil ich... Fertig Also, das war eigentlich das, was ich an dem Server so am meisten abgefeiert hab, und zwar diese Power-Runden Ähm, ja Auf jeden Fall sind die hier gerade aktiv, und zwar alle fünf Runden gibt's eine Power-Round Also, da gibt's glaube ich... Das ist quasi einmal pro Map Hey Rex, breiter als das Pentagon Zweimal, zweimal Zweimal Breiter als das Pentagon Ist einfach nicht, ne, ist nicht Ist einfach nicht Und, äh, zwar sind diese Power-Rounds irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Team-Death-Match oder so, dass jeder entweder Detective oder Team-Death-Death-Match Traitor ist Oder Knife-Battle, dass jeder Knife hat und sich damit umbringen muss Also, dass man sich damit umbringen muss Und, und so weiter und so fort Davon gibt's echt viele von diesen Power-Rounds Und, ähm, ja Warte, pass auf Guck mal, jetzt kommt die besondere Technik des Facetitings Und zwar heißt diese Technik Der Slider Achtung Was war das denn? Das war der Slider Erik wollte mich umbringen, ich hab ihn getötet Der wollte mich mit Fässern umbringen 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 Ich hab ihn getötet So, der war in und Nice Äh, Dings hier, äh BALLER! Aaaaaah Hehehe Okay, Ben, hallo Leu Bitte zäh 2 und 2 zusammen Aaaaaah Eie, ey ey, ey Ey wenn ich jetzt abstürze Ich spring, hallo Dieses Aim ist ridiculous, alter Pixel hat das by the way KOS, ne? Ja, natürlich KOS Ben Leute, ich hab eben Damage genommen Nein Wenn wir wissen durfte, wo der ist Dann Ja, bei einem der Häuser Weißt du Gute Beschreibung Na du oder er? Wir beide, er verfolgt Und wo bist du? Er ist KOS Wo bist'n du jetzt? Alter, bitte lass es nicht so werden wie letztens mit Rags Fifty-fifty Chance, alter Hast du verkackt Hast du jetzt endgültig verkackt, Ben Pk Pk Aaaaaaah Alter Aua Voll ging über Nein Wo seid denn ihr alle? Ne gute Frage ich weiß es nicht Aber du bist trotzdem KOS Arschloch Gämm Gämm Ah nee, nicht du, der andere Oh, Gott Ach komm, f**k life, alter Jetzt gibt's hier richtig krass erlackbar, ne? GP Gp, du musst eigentlich die Szene reinschneiden. Hallo, ich hab gerade ne richtig kreative Beleidigung rausgehauen, ja? Um nur Spaß, Rax, wenn du so lange die Dump wärst, könntest du aus der Regenbrenne in Kniem trinken, ja? Bam! Gp, du musst eigentlich wirklich die Szene reinschneiden. Gp, das gibt erstmal ein Dislike, ne? Wir machen die jetzt ganz krass am Ort, weil ich glaube, das werde ich sogar machen. Leute, alle, die Gp kennen, bitte geht einfach auf seinen Kanal, abonniert ihn, nur damit ihr ihn danach wieder de-abonnieren könnt. De-abonnieren! Wo ist meine Shotgun? Achso, damit er sich freut und dann wieder nicht freut. Jaja, damit er sich dann so freut, ja, ich hab ein Abo gemacht und dann, ha, ne, ich hab doch kein Abo gemacht. Dann denkt man sich so einfach nur, hast verkackt, aufhaut. Bete einfach, dass ich nicht Traitor werde, wenn es war, dass du jetzt keine... Nein, ich bete ehrlich gesagt, dass du Traitor wirst, weil ich mein Messer wiederhaben möchte. Ich möchte mein Messer wiederhaben, Gp. Warum werd ich einfach nicht Traitor? Gp, ich möchte bitte wieder ein sexuelles Messer. Ich weiß schon, aber es ist einfach momentan nicht drin, schon, du geh erst, wenn ich Traitor bin. Och, man, musst du erstmal deine Brötchen schmieren, oder was? Ja, klar. Richtig geil mit Wurst in einem Drum und Drin. Mit Wurst. Ja, weißt du warum? Weil du fett bist. Ich, äh, Dings, hier, Rex, hab ihn, hab ihn, hab ihn, ganz, ganz easy, Rex, ist nämlich einfach zu dumm. Alter, Gp, ne, das, Alter, Leute, ihr müsst es einfach aus meiner Sicht sehen, ne, es ist so witzig. Weiter? Wasser, ich warn dich. Heiß Mister. Meine Fresse, deine... Ja. Mister schnäht man anders. Heiß Kanister. Die Lines. Da kommt der, die Lines. Wo, wo ist er? Ich weiß genau, dass du das bist. Echt, bist du dir ganz sicher? Ja. Warte mach ich. Weil du voll wie du dich grad drauf gemeldet hast. Das muss ich mir nicht weinen. Also bist du zu 100%. Dann müsste er mich jetzt schon weggehauen und der andere ist der Dings. Ist der Bulle. Der Bulle? Der Bulle vom Dölz. Vom Dölz? Ist zwar nicht ganz schön fest wie der aber. Wo ist er denn schon wieder? Hier sind Fische drin. Oh sehr interessant. Mach dir Fischplatten. Mach Kuchen mit Fisch. Wow ich bin so schlimm. Ist er selber gestorben? Nein nein nicht gestorben. Noch nicht. Wahrscheinlich noch so ein HP. Noch nicht. Nein gar nicht. Einfach so eiskalt sein. Noch nicht. Ist er nicht so negativ? Hat er grad das N-Wort gesagt? Ja. Oh. Das muss ich jetzt sogar piepen. Ja eben. Ich mach das auch alter. Ja. GP ich hab gehört wir machen später wieder so ne richtige Schneideparty alter. Boah ich hab schon jetzt keinen Bock drauf. Ja. Ja. Ich hab aber dazu wenn man zu den Kurvenbetten der Welt gehören möchte. Oh alter ohne Mist Peter du bist so ein hässliches Stück Scheiß. Bei der Siegel bin ich nicht gut. Nein. Nein. Alter aber doch. Schlau. Panzenhemster. Finde ich unkloch. Ach. Hey Ben. Ich hab euch lieb. Ich mich auch. Die Pistole ist mega nice. Jetzt hab ich ernsthaft nen Scheiß-Industren erschossen. Boah alter. Ohne Spass. Da mach ich Rex so geil weg. Dann kommt die Märtyrer. Okay aber GP ich glaube wir sollten solche Sachen nicht im Chat während einer Aufnahme äh besprechen ne. Hä klar wie sollte er. Die Aufnahme. Wer auch immer gerade reingekommen ist bitte verpiss dich einfach. Wir sind gerade in einer Aufnahme. Die Idee sind es aber hier. Geht doch. Wer war das überhaupt. Das war NFL. Boah hab ich den Glück gehabt. Äh warte ich muss mal zu dem gehen und ihm sagen dass er ein Arschloch ist. Wo ist er? Wo ist Ben? Wo ist Ben? Wo ist Ben? Wo ist Ben? So. Ben wo bist du? Vielleicht werde ich jetzt Traitor. Ja? Oh Messer. Vielleicht. Vergehst du dir ein jetzt kommt die Messer runter. Jetzt kommt die Messer runter. Headshot-Only und ich bin Dete alter was ne Scheiße. In Headshot-Only will ich Traitor sein. Ach so ist. Ja by the way an alle die das von vorhin nicht verstanden haben was das jetzt ist. Ich weiß nicht mehr ob das jetzt in der selben Folge sei. Äh. Das ist. Rex hat mich gerade mit dem Fass auf Half-Life-Runde gebracht. Leute seid mal bitte leise. Ich muss hier was erklären. Das hier ist gerade eine Power-Runde. Und zwar ist hier gerade einfach Headshot-Only. Man kann nur Headshots geben. GP-Killed erstmal eins. Der hat. Der hat mich auf Half-Life mit dem Fass runter geschossen. Ja. Und ich dachte er war Traitor. Ja. Der hilft das Lecks. Und jetzt ist das Lecks raus. Das ist ja nicht. Du wüsst es doch wahr. Nee ich wollte gerade gerade testen ob das wirklich so ist. Achso warte warte. Pixel Art? Pixel Art? Alter ich hab voll die Lecks. Ach muss Gott du hast du geschlagen Bitch. Habe dich getötet. Also ich hab einen gekillt. Ich gebe zu. Ich hab einen gekillt. Jetzt will wir nur wissen was das ist. Ähh. Ben, wo bist du? Ben, wo bist du? Jetzt bekomme ich auch noch diese Nachrichten, wenn jemand jemanden reportet. Alter, ich bin Gott, Jugga! Ich bekomme die Nachrichten auch, Mann. Er, mich nervt aber gerade ein bisschen. Er kauft den Keks jetzt sofort. Okay, mach ich. Kauf dir einen Keks. Und beiß die Ecken ab. Ich bin OREO. Kauf dir einen runden Keks und beiß die Ecken ab. OREO? 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 Richtig krass, OREO. Nein, Prinsen, oder? Wo, wo, wo ist ein... Ach, Rex ist Traitor? Nein. Errick ist tot. Errick ist schonmal tot. Ja, wo liegen die Leiche? Errick liegt hinten am Pioch. Ich hab ne fest Silence. Was ist denn das bitte? Oh Gott, Leck. LECK! Äh, call mal bitte, Detective. Warte, wo liegt die Leiche und call ich dich? Errick liegt da im Eck. Wo liegt die? IGP. Warte. Alter, IGP, du bist 100 pro Traitor, Mann, ich gehe. Wobei, auf diesem... Äh, in Headshot only kannst du mich nicht messen, ne Arschloch? Ja. Denkste Brötchen. Denkste Brötchen. Denkste Brötchen. Denkste Brötchen. Alter, ich hab voll die Lecks, was ist denn grad los? Ich hab halt nur 49 FPS? Noob. Alter. Sowas nimmt auf. Ja, ohne Scheiß. Und sowas nennt sich YouTuber, Alter. Sowas hat ne Geforce GTX 970. Mit so 5 Euro PC, Alter. Savidou, bis seid ihr allein. Ey, ich hab letztes... Warte, Leute, hier konnte man doch irgendwie so einen Portable Tester kaufen, wa? Ja. Wissen wir. Ja, Alter. So. Hier ist ein Tester, wer möchte, der tut. Ich. Okay, Mister ist Proven. Wo ist denn? Warte, ich komm auch mal. Boah, Alter. Mit dem Next, ich port mich grad mehr. Warte, da sind noch 4, ne? Also, ich bin auch Proven, ne? Steel Arts ist Proven, GP ist Proven. Lass mich erst ganz kurz noch nachladen, ich möchte jetzt alle Akpa starten. Alter. What? Ey, warum, warum standen da das... Was? Ey, jetzt ist meine Mundidea. Warte ganz kurz, ich muss nachladen, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Ist einfach grad nicht. Warte. Ohne Mist, GP. Ich war mir so sicher, dass du Steel bist, Alter. Alter. Wie es laggt so. Weißt du, ich geh die ganze Zeit auf Traitor-Kollegen suchen und ich find den einfach nicht. Kann doch nicht sein. Der tot war. Boah, Alter, wo hast du dieses Brötchen hinweg snacken lassen? Boah, Alter, nicht im Ernst ey, nicht der Siere. Ich hab gedacht, okay, komm, Hunting Instinct schießen um. Tod. Die GP, äh, die Shotgun ist einfach so, okay, hier. Ist einfach so. Ist einfach so. Ist einfach so. Im Headshot-Oni bin ich aber übel scheiße. Alter. Jetzt ist nur die Frage, wie ich zu Zero komme. Alter. Ich port und bug mich hier grad mehr durch die Wege. Die USP ist aber auch ne echt coole Waffe. Warum redest du überhaupt nicht mehr? Ja, Alter. Alter. Achso, ja gut, alles klar. Mein Drecks. Mein Drecks ist älter. Wo steckt, ey, wo steckt der Lunde? Wo steckt DICHT! Warte mal. Wir machen das mal anders als Zero, pass mal auf. Ja, nicht. Nicht bei dem Necks. Oh, oh, Zero, warte. Ja, Leute, keine Reports mehr. Der Facelider. Der Facelider. Okay, Leute, ich wäre dafür, für diesen Disrespect, äh, ist GP ab jetzt immer KS. Einfach schon. Mach ich gerne. Oh, nee, ist nicht hier drin. Tötet GP, tut es. Auch wenn er DT ist. Vor allem wenn er DT ist. Immer auf das Brötchen, wir haben kein Brötchen mehr. Achso, ich habe keine Brötchen mehr. Dann wird es nicht mehr witzig. Warum haben wir kein Brötchen mehr? Ja, weil GP alles aufgegessen hat. Ich weiß nicht, ich muss da alles machen. Warum, weil mein Trader-Kollege einfach dummer ist als ein Sack Scheiße auf dem Gehweg, ey. Danke, Eric. Junge, was kann ich denn für ein Zero mit einem Header gibt, ohne dass ich was gemacht habe? Mit einem? Mein Jagd-Ding ist durchgekommen, sorry. Aber GP, du hast echt einen, du hast echt einen coolen Ping, ne? Muss man dir schon lassen. Boah, bitte, bitte, lass mich Trailer sein, bitte. Nein! Ja, ist es nicht. Achso! Der, Alter, der Trailerraum, nein! Der Trailerraum ist gerade aufgegangen. Das gibt dir, jetzt hast du's, jetzt hast du's auf, GP. Der Zielraum ist gerade aufgegangen. Jetzt bist du völlig. Gibt's einen Tera? Ja. Ehrlich? Ja. Nein, dieser eine Port-Stage, weißt du? Es gibt aber hier einen Tester auf der Seite, ne? Das war eine sichere Entschärfung. Ja, ich weiß gar nicht, wie der Tester geht. Auch hier nur irgendwie die Fischer-Lizenz, wa? Ja, und ich weiß noch, wo die liegt. Machen wir jetzt mit Tester oder ohne? Ja, mit, also wer testen will, kann halt machen. Ohne, ohne. Ich wäre dafür, dass wir Port-Able-Tester benutzen dürfen. Ich wollte besnipet, ich wollte besnipet, ich werde besnipet, ich werde besnipet. Keine Ahnung, ich hab doch noch 72 Leben. GP, du weißt genauso gut wie ich, wenn ich auf dich snipen würde, wärst du tot. Oder aber du hast einfach das Brot Ben gemacht, deswegen, also, sicher sein kann man da nicht. Und wenn ich auf dich snipen würde, wirst du durch einen Märtyrer sterben. Ja. Ich weiß auch nicht von wo. Ben, 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 Ben. Oh, schade, Eric. Ey, oben auf dem Kran, oben auf dem Kran. Mister, Mister KS. Ach, fuck. Wo ist der? Hier. Leuchert noch 8 AP. Ab ihn. Nice. Ich hab nur noch 8 AP, ja, gibt's hier irgendwas? Wen auch immer. Wer hat den Diegel? Wer hat den Diegel? Rex, bitte, droppe in der Health-Stage, bitte. Ich bin proven. GP? Äh, warte, Rex. Warte, 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 es ist Pixel-Arts. Warum nicht? Du kleiner Drecksack. Weil, äh, weil GP und ich proven sind. Dex, Rex, Melan-Gun, Melan-Gun. Das ist jetzt uncool. Yo, Grapple-Hook, du Noob. Da muss das gerade sein. N-U-H-P, Alter. Da fliegt die Melone. Wenn die jetzt getroffen hätte, das wäre feierlich. Wie wir das einfach jetzt erst gemerkt haben. Nee. Ich hab 8 AP, ihr Gammelfritten. Was soll ich jetzt machen? Gammeln, bitte. Gammeln, bitte. Oh, nee. Ähm. Nur 3 AP. Nee, es sind immer noch 8. Loy. Alter, fix mal bitte irgendwie dein Internet oder so. Oh, scheiße. Oh, scheiße. GP, wo bist du? Oh, das ist Rex. Rex! Rex, nein! Ich bin proven! Bitte nicht! Drop me the helpstation, bitte! Oh, danke. Ich hab keinen Punkt. Oh, Rex! Wo ging der Team bitte hin? Alter, ohne Scheiße. Ich müsste dich gleich wegen akuter Dummheit beschießen. Das weißt du, oder? Woher hast du denn das? Selbst ausgedacht, natürlich. Es ist einfach GP, man. Der haut nur permanent solche Sprüche raus. Du meinst permanent so ne Scheiße? Das hat nämlich auch meine Klassenlehrer neulich erkannt. Alter, Zero. Du hast aber einen schönen Mund. GP steht richtig auf Münder von Leichen, Alter. Was heißt denn Münder von Leichen? Alter, Kinder tun's auch. Aber wo kam jetzt bloß die Melonen? Ja, das will ich mich auch grad fragen. Die battlen sich! Die battlen sich! Jetzt nimm einfach die Pisse! Meins! Meins! Ja! Junge, mit 8 AP, Alter. Mit 8 AP. Mit 8 AP einfach nur. Ich hab mir auch gut vorgegeben, aber egal. Ich will jetzt nicht rumpuschen, aber wie ich da den Traitor getötet hab. Ich will nicht rumpuschen, aber momentan bin ich der Beste einfach mal. Übrigens Ben! Alter, die beiden YouTuber sind die besten Ben. So muss es einfach YouTube Power. YouTube Power! Alter, mit nem riesen Abstand sogar. Na warum, der Rest ist... Alter, wir haben das Brot und die Brötchen Power. Ja, was haben die? Die haben hier irgendwelche Schimmelfritten Power. Ist einfach nicht. Die haben einfach die McDonalds Power, Alter. Boah, Alter, nix gegen Mac. Ich hab mal den übel Premium Big Tasty Bacon heute für 7 Euro McDonalds geholt. Habe ich wieder Big Tasty Bacon? Deswegen bist du so fett. Was? Da ist die Big Tasty drinnen! Oh, bitte, bitte, Traitor, Traitor, Traitor!